So, nach dem etwas katastrophalen und peinlichen Rennen zwischen uns beiden, wollen wir uns jetzt in, wie nennt man das, Ballonschlacht? Battle-Modus. Battle-Modus, genau. Battle. Ja, und zwar ohne andere Computergegner, die dazwischen wuscheln und uns zwischen unserer Beinzähligkeit funken. Ja, das heißt, es gibt ein 1 gegen 1, ich würde sagen, best of 5. Ich würde sagen, einfach einmal alle Stages. Genau. Ja. Gut, dann. Das haben wir gestern auch schon mal gespielt, also ohne Kamera und da war es immer ziemlich ausgeglichen eigentlich. Das ist wahr, jetzt hoffe ich mal, dass es, ja. Man kann das halt ziemlich assi spielen, aber auch ziemlich fair spielen. Schau, die Frage, denn jetzt machst du ja immer ein bisschen assi? Ja, was soll das jetzt wieder heißen? Geht's noch? Er hat nichts gekochen. Das war ja auch eigentlich, das gibt's ja nicht. Ich hab' den grad auf unsere Sehnen aktiviert. Ich hab' den grad auf unsere Sehnen aktiviert. Ich hab' den mal ein Item. Oh Gott. Mhm. Mhm. Boah! Boah! Da hab' ich grad voll die Chance, meine Fananen direkt in die Fresse zu legen. Geht's noch nicht denn? Ich hab' den Torsten. Scheiße. Ja, das kann jetzt sehr interessant werden gleich hier, ne? Nein! Boah! Boah! Wie geht's? Echt geht's doch nicht! Nein! Boah! das geschieht jetzt 1 0 für dich Scheiße Wenn er dran bleibt, schaut er an die Kamera genauso. Genau. Oh ne, ich weiß was ich hier nicht machen will. Ja. Scheiße was. Musiks Beste. Scheiße. Das war nicht so gut. Einfach ohne damit. Scheiße. Oh Gott, schnell weg. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja! Ja, scheiße. Oh, ich hab die letzte Sekunde nochmal ausgelöst. Nein! Nein! Oh, ich wollte eigentlich die Wand da spielen und dann zu dir, aber... Ja, natürlich auch einfach. Schade. Ja. So, was machst du jetzt, ne? Ich gewinne noch. Wie oft können die Panzer eigentlich abprallen? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Manche gehen ja sofort kaputt, manche nicht. Ne, ich meine die grünen. Nein! Oh, hab ich Glück gehabt, dass ich runtergefallen bin. Ich weiß nicht. Oh, oh! Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Oh Gott, gleich trifft mich einig. Ich sehe schon. Ich weiß nicht. Oh, ich weiß nicht. Wie ist das? Ich weiß nicht, was du machst. 1-1 Nein, nein, nein! 1-1 War ich aufs Gesicht mit einer Ballon, dann ist das fest Die meisten von den 5 Punkten, auf jeden Fall Oh shit Oh, du bist gemein Wo bist du? Komm her Tschüss Oh Gott, nein bitte nicht Ja, du spieler Komm her Komm her Put 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 Wo ist das? Oh Gott Der war dicht Nein Oh Gott, schnell Nein Verdammt die Scheiße Weg, weg Nein, was mach ich denn? Ich hab den nach vorne geschossen und der ist gerade so noch umgedreht Okay 2 Punkte müssen noch vergeben werden, das heißt ich muss jetzt gewinnen Um eine Chance zu haben Jetzt kommt das letzte Match Mist, ganz gut Nee, wir machen noch eine andere, zusätzliche Stage Ich gewinn die jetzt auch Jaja, genau Das klicken mit auf meiner Seine Seine Ja Mann Das war so gut Boah Nein Boah, das klick gerade Tschüss. Nein! Geil. Dauert erstmal ein halbes Jahr. Nein, du bist ein Drecksack. Woher weißt du, dass ich jetzt da komme? Das ist so gemein. Das ist so gemein. Das ist so gemein. So gemein. Ach, geil. Heißt du einen Glückwunsch? Danke sehr. Du hast mich geschlagen. Ich würde sagen, wir machen nochmal eins aus Spaß, damit wir die 5 Punkte haben. Und ich darf auswählen, denn es gibt nichts besseres als die Stage. Die Stage sollten sie ja unbedingt in Mario Kart 8.0 nix zurückbringen. Ja. Fände ich richtig cool. Scheiße. Oh, es lief so gut. Und dann? Komm her. Ey. Oh. Nein. Ich mach nicht meine Mauer kaputt, sonst werde ich wirklich wüsstens. Oh oh! Ja, geräuschen was kommt. Ich hab meine Idee, wie ich sonst... Keine Angst. Also David, es ist ein Glück für mich, dass du mich geschlagen hast hier. Ach, das war schön. Ja. So, danke, dass ihr zugeschaut habt. Das war's jetzt, tschüss man. Probiert den Battle-Modus, wenn ihr könnt, unbedingt auch mal aus. Es ist in meiner Meinung nach echt der Beste aus allen Mario Cups. Ja, das stimmt. Das macht sogar zu zweit Spaß. Das Foto ist natürlich noch geiler, aber zu zweit definitiv schon cool. Das stimmt. So, das war's dann jetzt. Vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Und wir sagen bis zum nächsten Video. Ciao. 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 Vielen Dank.